Moin Moin und herzlich willkommen hier aus der Basis Active Indium S vom Vesarius. Heute zeige ich dir wie du dir ganz einfach Naniten herstellen kannst, wie du Naniten bekommen kannst, welche Möglichkeiten es gibt Naniten zu erhalten, damit du nicht Ewigkeiten und lange suchen musst und das zeige ich dir nach einem kurzen Intro. Die allerallereinfachste Methode Naniten zu erhalten, die findest du in den Entdeckungen, indem du Planeten besuchst und diese Planeten dir anschaust. Du musst mal ein bisschen suchen und die hochlädst. Das gilt nicht nur für die Planeten selber, das gilt auch für die ganzen Tiere auf dem Planeten. Momentan ist es noch so, dass der Button alle Systeme hochladen nicht funktioniert, das heißt du musst manuell in die Systeme reingehen und das einmal hochladen. Du siehst da oben steigt das schon mit den Naniten. Bei den Tieren ist es dasselbe, geht man da rein, lädt das einmal hoch. Sollte man einen Planeten vollständig haben, dann kriegt man hier sogar noch eine extra Nanitenbelohnung, 500 Naniten, also wenn ihr auf eurem Planeten sehr sehr lange und sehr sehr viel unterwegs seid, schaut hin und wieder nach Tieren, schaut hin und wieder nach Mineralien, nach Flora und Fauna und dann werdet ihr richtig richtig viele Naniten bekommen. Wenn du dir schon eine Basis gebaut hast, dann ist das Ganze noch viel einfacher und da musst du auf jeder Station, auf jeder Raumstation nach Restsubstanz suchen. Gefährliche Restsubstanz, wo haben wir es? Da, Restsubstanz heißt das Ganze. Das Ganze packt man da rein, startet einmal seine mittlere Raffinerie. Wie du siehst, ich habe jetzt vier Stück gebaut, denn es sind vier Schritte, die er braucht. Und diese Schritte, warum mache ich das mit mittleren Raffinerien? Mittlere Raffinerien haben den Vorteil, dass sie keinen Treibstoff benötigen. Die tragbare Raffinerie benötigt Treibstoff und das umgehen wir hier mit der mittleren Raffinerie. Die bauen wir uns in einer Basis, wo wir sowieso ortsansässig sind, um eine andere Ressource abzubauen und bauen einfach vier Stück auf. Das Ganze ist reproduzierbar. Das heißt, du kannst dann acht aufbauen, dann baust du zwölf auf, sechzehn und so weiter. Und hast dann irgendwann, je nachdem wie viel Restsubstanz du hast, eine gute Möglichkeit viele Naniten zu bekommen. So, wenn man jetzt ein bisschen zähe Flüssigkeit hergestellt hat, schmeißt man die natürlich dann auch noch einmal hier rein. Man muss auch bei der mittleren Raffinerie wirklich nur eine Sache reinschmeißen. Das Ganze starten. Ihr seht, das dauert auch eine Minute. Also es bringt auch durchaus was, wenn man da jetzt wirklich einfach ganz stumpf, ganz stumpf 2000 Stücke rein tut, ein bisschen weiter spielt und dann erstmal woanders hinfliegt. So, damit kriegen wir jetzt lebendigen Schleim. Und diesen lebendigen Schleim, ja, ihr habt es fast erraten, den packen wir da jetzt natürlich auch einmal rein und lassen das durchlaufen. Dann kriegen wir kontrollierbaren Schimmel. Wenn wir jetzt kontrollierbaren Schimmel bekommen haben, packen wir den jetzt in die letzte mittlere Raffinerie rein und ihr seht dann jetzt, der unkontrollierte Schimmel lässt sich umwandeln. Fünf unkontrollierter Schimmel zu einem Naniten und schon kriegen wir Naniten. Das Ganze jetzt in einem kleinen Maßstab. Ihr seht, das geht da am Ende natürlich relativ schnell. erhalten wir richtig, richtig viele Naniten. Wenn wir das wirklich durchlaufen lassen, dann sind da so 400 Naniten pro Zyklus mit dabei und mit drin. Kann ich euch nur ans Herz legen. Es gibt allerdings noch mehrere Möglichkeiten als jetzt durch das Entdeckung hochladen und die Restsubstanz. Denn die nächste Möglichkeit ist der Nexus. Und im Nexus selber könnt ihr eure Errungenschaften abgeben. Sprich die Errungenschaften, die ihr erhaltet dadurch, dass ihr durch die Gegend lauft, dass ihr Kampfschiffe zerstört, dass ihr einfach Meilensteine erreicht. Die Meilensteine könnt ihr eintauschen. Zusätzlich dazu könnt ihr aber auch noch allerdings eintauschen eure ganzen gescannten Daten. Und diese gescannten Daten, wenn man da wirklich lange 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 Zeit nicht mehr hier, könnt ihr auch gleich auf der rechten Seite hochgehen, dann spart man sich ein bisschen Laufweg. Diese gescannten Daten, die sammeln sich im Laufe der Zeit richtig richtig heftig an. Und so kann man zu den Iterationen hier hochlaufen und mit den beiden sprechen einmal Helios hier an dieser Stelle. Wenn ihr viel entdeckt habt, sprecht mit dem guten alten Treebeard hier oder Helios auch genannt. Dann könnt ihr dort Naniten erhalten. Das selbe Prinzip ist auch hier vorne bei Ares. Ares gibt euch für eure Meilensteine Naniten. Und das ist ein solides Naniten Basiseinkommen. Falls ihr Goldklumpen habt aus Asteroidenfeldern, könnt ihr das auch hier eintauschen. Aber da kriegt ihr nur sehr sehr wenig für. So und jetzt haben wir 150 Naniten bekommen. Kleinvieh macht auch Mist. Und so kriegt man dann viele Nanithaufen zusammen. Und kann da auf jeden Fall sich auch coole Upgrade Module holen für sein Multiwerkzeug, fürs Flugzeug, für euer Raumschiff. Wenn ihr auf Planeten unterwegs seid, haltet auch Ausschau nach Symbolen. Alles was interessant sein könnte. Alte Gebäude. Dort gibt es manchmal so Naniten Terminals. Wenn ihr die Terminals aktiviert, dann kriegt ihr immer mal wieder ein paar Nanithaufen. Gut geschrieben. Dasselbe auch in verlassenen kleinen Schutzbauten. Immer schön alle Naniten mitsammeln, die ihr so kriegen könnt. Ja, vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, knorke Sache, lass mal einen Daumen nach oben da. Oder hitze den Subscribe Button. Dann verpasste keine Videos mehr von mir. Dienstag, Donnerstag und Samstag kannst du mich auch auf Twitch besuchen. Und einfach mal high schreiben, falls du Fragen hast zu No Man's Sky oder zu anderen Spielen. haust du in den Chat rein. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Anschauen.